Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spielchen des Adventskalenders von Bears Gaming. Ich bin Barney und wir spielen heute Happy Wheels. Ich kann dich in einem Moment töten. So eine Scheiße dieses Spiel. Ich find's jetzt schon kacke. Oh. 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 Ähm, ja. Es war ein ziemlich schnelles Match hier jetzt gerade. Okay. Restart Level. Nochmal von vorn, wa? Oh. Egal. Den können wir verzichten. Wir haben ja noch seinen Kopf. No. Oh. 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 Ja, das war ein bisschen blöd. Irgendwie. Oh. Was ist jetzt? Fliegt der Kopf hier rum? Äh. Wieso geht's? Ach hier, Mini. Ja. Okay. Jetzt weiß ich das auch. Man kann ja auch so fliegen mit dem Centermann. Juhu. Juhu. Äh. 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 Flieg, flieg. Flieg. Nein. Nein. Oh Mann. Was für eine Scheiße. Nochmal. Das war doch mal eine softe Landung. Stop in the name of love. So, den Typen abgeräumt hier. Wer denkt sich sowas aus? Super. Jetzt hat er sich da irgendwie sein Bein zerfleischt. Äh. Äh. Au. Wie soll das gehen? Hey, der hat mit einem Pfeil in den Arsch geschossen. Ich hab einen Pfeil im Arsch. Okay. Äh. Äh. Das war wohl nichts, wa? Nochmal. Nochmal los hier. Nochmal hin hier. So, jetzt aber. Die komische Pistole schießen lassen hier mal. Los geht's. Los. Nein. 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 Au. 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 Was ist denn das für ein Klumpf? Was ist denn hier los? Was soll denn diese Scheiße hier nochmal? Wie? Kommt, das Geschenk nehmen wir mit. Aaaah. Das war knapp. Weiter geht's. Meine... Warum habe ich eigentlich keine Rentiere, sondern warum hat er hier so Sadomado, Sadomado, sag ich schon, Sadomaso-Elfen? Ah, ich habe es geschafft. Was ist das denn? Ehrlich jetzt? Okay. Okay, ich versuche mal ein anderes Level zu spielen. Exit to Menu. Was gibt es denn noch so... Ah, ich kenne ein ganz witziges. Ich suche das mal kurz und dann spielen wir es. Ta, ich habe es gefunden. A large Satan eats you. So. Das Level hat gar keinen Sinn. So. Warte mal, vielleicht schaffen wir es noch weiter als wie bloß in den Schlund. Restart. Jawohl, nein, schlecht. Jawohl, doch. Weiter geht's. Zäpfchen. Und ab. In den Magen sind wir jetzt, glaube ich. Juhui. Ist das ein Pferd? Fliegt da ein Pferd? Oh, jetzt. Äh, das Spiel folgt irgendwie immer dem Herzen. Ist das nicht schön? So, und wenn man es dann hier durch den Magen geschafft hat, dann kommt man in die, äh, in den Daumen. Glaube ich. Genau. Das ist das ganze Level. Toll, gell? Okay. Und ein neues Level. Wieder mit dem Weihnachtsman. Jawohl, die ist so geil, die Map. Schade. Wir sind nicht in die Luft geflogen, weil da irgendein Geschenk drauf geflogen ist. Das ist einfach, die Map ist so geil. Oh. Aber nicht mit dem Weihnachtsmann scheint es nicht so geil zu sein. Okay, es geht noch weiter. Ach, nö. Oder? Ich habe niemanden mehr, der mit mir läuft. Dann fliege ich halt. Yeee. Hallo? Kommst du mit? Ich gehe mit meinem toten Elfen Gassi. Ich habe es geschafft. Bis daher geschafft. Oh. Ich hänge fest. Ich hänge hier fest. Ho, ho, ho. Der Center ist einfach zu groß für alles. Kann gar nicht mehr da runterfliegen. Die Map habe ich immer gerne gespielt mit, äh, gibt es so eine Frau mit so zwei Kindern auf dem Fahrrad. Da war die Map mega witzig. Okay, ich starte nochmal neu. Der Weihnachtsmann ist einfach zu groß für diese Map. Oh. Komm schon, da rüber. Oh. Okay, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich, äh, ich spiele die Map mal kurz mit, äh, mit der hier. Das ist nämlich jetzt... So fängt das gleich mal an, dass man sein Kind verliert, indem man das da oben gegen solche Stacheln pfeffert und sich alles bricht. Juhi. Oh. Könnte das passieren? Komm jetzt. Okay. So weit, so gut. Jep, 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 jep. Und hier runter. Jawohl, jawohl, und zack. Ey, dieses Spiel... Oh, der Kopf hängt da mitten in der... Oh, da ist es da rausgeflogen. Ich suche nochmal ein anderes Level. Mal schauen, was noch so geht mit dem Weihnachtsmenschen. Grüß Sie Gott, ich hab wieder eins gefunden. Geht, Chaos City können wir spielen mit dem Weihnachtsmarm. Man kann nicht immer alle Level mit allen Charakteren spielen. Manche sind vorgegeben. Jetzt spielen wir mal Chaos City. Too fat. Hey, Frau mit Kind. Und so. Komm schon. Mhm. Warum ist da ein Vogelstrauß? So, weiter geht's irgendwie. I'm a jerk, okay. Gut zu wissen. Dein Arsch gehört mir. Haha. Ich bringe euch einfach beide um. So, da wurde einer von Meteoriten getroffen. Aha. Nochmal wir. Und jetzt noch ein T-Rex. Godzilla. Weg. Wegweib. Du störst. Tatsächlich Godzilla, wie er gegen diese Motte da kämpft. Okay. Das ist Sparta. Batman-Zeichen. Okay. Das war tatsächlich Car City. Geschafft. Okay. Was haben wir denn hier noch? Car Thief. Können wir auch mit allen spielen. Hinterher! Der hat mein Auto geklaut. den Weihnachtsmann seins. Also irgendwie. Okay. So weit, so gut. Ist immer noch so weit, so gut. Da hat er irgendjemanden überfahren. Okay. Die war jetzt nicht so besonders. So, schauen wir mal weiter. Pokémon Trainer. Ah, die ist langweilig, die Map. Oh, hier. North Pole Rush. Das ist extra für Santa Claus gemacht. Also, die müssen wir natürlich unbedingt dann spielen hier. Jawohl, einbeiniger. Time to fly. Jawohl. Up, we fly again. Help. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Nein. Okay. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Wir versuchen es nochmal. Oh. Oh. Up, we fly again. Oh. Ich bin sehr schnell. Weiter geht's. Ich fliege. Ich. Oh. Oh. Und tschüss. Okay. Ähm. Noch einmal bitte. Oh. Ehrlich jetzt? Mich zieht's an meinen Gedärmen zurück. Ganz langsam. Ich meine sehr langsam, aber ja, mich zieht's echt an den Gedärmen den Berg nach oben zurück. Ah. Gut, nicht schlecht. Gut. Da oben ist mein restlicher Teil. Okay, nochmal. Gut, dass du den Helm auf hattest. Fly. Oh. Und fly. Ah. Mist. Ähm. Ich bin nicht so wirklich gut in dieser Map. Nochmal. Jetzt hab ich schon wieder keinen Läufer. Juhu. Ich hab irgendeinen mitgenommen. Geschafft. Brutal. Also gut. Merry Xmas. Don't forget to. Ich kann's nicht lesen, weil da das Victory-Zeichen ist. Don't forget to. Merry Xmas. Oder sowas. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Barney. Die Nummer 44. Bears Gaming. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Es ist fast so, als ob's zum ersten Mal Weihnachten wär. Es ist fast so, als ob's zum ersten Mal Weihnachten wär. Untertitelung des ZDF, 2020